Wieder begrüssen wir die Gäste aus dem zentralschweizerischen Jodelverband, und zwar das Jodelduett von Christina Bucher-Tanner von Luzern und Romy Fallenger von Malters. Sie werden den Handogel begleitet vom Bestbekannten Niklaus Hess. Das Lied, das ihr singt, ist ein Fest für mein Herz und komponiert hat das Maritres von Bunden. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen und euch viel Glück. Als Hemma Gäste aus dem Lied Die Menschen wir gehen und die Echlagung fahren, dann kommt mich im König. Und dieses Lausen sind auch heute der Tenekасти verschiedene Ja, ja, ja. Ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, la, 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 la Und wir füllen ein Liedlich im sonnigen Strahl 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 größer Vielen Dank.